Sprach, der Dübel, der Senderwand verschwand. So, nach diesem super toll schlechten Reim, der für ganz viele Hände klatschen sorgt, hey, machen wir weiter. Wir bauen immer noch ein Kraftwerk. Wir rüsten das Kraftwerk auch noch auf. Und? Karrie. Man weiß ja nicht, wie viele Ölquellen wir noch finden, ne? So 20 Stück. Brrrr. Du kannst gar nicht so schnell schauen, wie der Öl nach oben dreht, hey, da Energie. Wenn man so recht überlegt, verblasen die ziemlich viel Gift in die Luft, oder? Ich weiß nicht. Was, wie macht die aus dem Öl überhaupt Energie ohne Schornsteine und Rauch zu erzeugen? Ich meine, müssen die das nicht verbrennen? Oder für den, oder, was weiß ich, geben die das irgendeinem Hamster in einem Laufradrennen und der durch ewig schnell läuft, oder was? Und warum labere ich so ein Scheiß? Ein Scheiß. Grundlagenforschung abgeschlossen. Oh, Gott. Oh, Gott. Gas, Turbine, Motor, MK2. Wow. Ach, fahr mal rüber. Vielleicht gibt's doch ein oder zwei Kleinigkeiten zu reparieren. Meine Energie wird gar nicht mehr richtig weniger. Oh, Gott. Ich hab da unten noch gar kein Flachs gebaut. Scheiße. Ach ja, richtig. Ich wollte noch warten. Na, vergessen. Ich vergesse, dass ich warten wollte. Warum habt ihr da jetzt kein Ding gebaut? Ihr dummen Idioten. Was macht ihr denn wieder? Baut da das Ding hin. Na, also. Geh doch. Dann können die auch gleich mal repariert werden. abgeschlossen. Völlig sinnlos, dass ich da oben überhaupt was hinbaue. Also, zumindest Reparaturplattformen. Das ist doch Schwachsinn. Egal. Sieht cool aus. Ich hab ne Basis über meiner Basis. Yeah. Geil. Nein, das ist scheiße. So, seid ihr jetzt alle noch repariert, wo kaputt waren? Na, 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 nicht wirklich, ne? Ihr kommt nicht bis zur Reparaturplattformen. Problematisch. Gott, hab ich viel Basen und Verteiligung. Grundlagenforschung abgeschlossen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Zielvorherseigeladete Raketen. Oh Gott. Oh Gott. Bitte rumpft das Nexos. Wir legen wir uns mit Rumpfbohle verglichen mit Cobra. Schneller als Cobra. Waffenforschung abgeschlossen. Abgeschwächter thermonuklearer... Was? Abgeschwächter thermonuklearer Sprengkopf. Gebäudeforschung abgeschlossen. Okay. Wer hält diese Waffe für überzogen? Okay, was hab ich jetzt erforscht? Cobra, 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 Cobra. Pfff. Das ist ja lächerlich, was Cobra kann. Pfff. Lächerlich. Ne, obwohl... Thermalpanzerung und kinetische Panzerung ist besser, ne? Na, ich bleib erst noch bei dem Rumpf und dann nachher wechsle ich dann, wenn ich... Die haben bestimmt noch einen schweren Rumpf, den ich irgendwann krieg und... Das ist nur die Sam, naja. Äh, Schussgeschwindigkeit 8. Naja. 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 Du schießt irgendwie langsam. Jetzt fängt mich an. Naja. Jetzt fängt mich an, er noch so ist er. Naja. 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 Konstruktion abgeschlossen. Wo muss ich eins in der nächsten Mission hin tun? Keine Ahnung. Naja. Konstruktion abgeschlossen. Naja. Na, baut jetzt noch die letzte und ich bin glücklich. Was? Ihr baut so sogar? Ja, hier ist er da aber nicht. Kommt ihr da auch wieder runter? Nein. Das heißt, ich muss die jetzt erst wieder abreißen. Forschung abgeschlossen. Kann ich noch was erforschen? Forschung abgeschlossen. Oh Gott. Hochtemperatur Thermalpanzerung für Fahrzeuge M2. Ja gut, das ist Cybox, die baue ich... Mann, ihr seid doch selten dämliche Vollidioten. Boah. Ihr sperrt euch doch in eurem eigenen Zimmer ein, oder? Kommt nimmer raus. Puh. Schlimm. Schlimm. Die ertrinken auch noch im Kinderschwimmbecken. Im Nichtschwimmerbecken. Verdammt. Ich weiß nicht mehr richtig den Beckennamen. Ach, ein Becken, Herr Saufte. Ja, ey. Ihr trinkt sogar in eurem Waschbecken, ja. Genau. Genau das wollte ich sagen. Halt nein, da wollte ich ja keinen hinbauen. Ey, das sieht doch gut aus. So, jetzt fahre ich drei noch ein wenig beiseite. Obwohl nein, fahr dreimal da rauf. Grundlagenforschung abgeschlossen. Oh Gott, noch mehr zu erforschen? Huuuuhh! Scotch-Lenk-Rakete, was ist das? Das sieht aus wie... Oh Gott. Tank-Killer in... Noch größer. Boah. Oh. Oh. Oh Gott, hoffentlich muss ich jetzt nicht alle meine Tank-Killer recyceln. Oh Gott. Wartenforschung abgeschlossen. Die... Höhen Lenk-Raketen, ja. Genau. Schön. Ich hab grad keine Lenk-Raketen im Einsatz. Aber... Vielleicht wird das ja noch was. Oh Gott. Wie lange nehm ich überhaupt schon auf? Ich hoffe ihr nehmt alles auf, weil ich glaub ich schon wegen länger aufnehmen heute. Wern schon um die zwei Stunden bald sein, oder? Uiuiui. Wern denn noch mehr? Guter Moin, da hat er noch nen Sensor-Turb. Und die Sache ist gewitzt. Ja, doch. Wird... Wird übel. Wird übel. Was wird überhaupt übel? Keine Ahnung. Das... Das seht ihr dann noch. Ja. Das seht ihr dann. Ihr wisst, was ich mein, wenn ihr seht. Wenn nicht, ich werd's auch merken, wenn ich's seh vielleicht. Boah, ich bin doch schon Vollgas, oder? Ja. Boah. Das dauert immer noch so ewig. Das ist einfach nur voll der Mob. Ich könnte auch noch ne Basis buchen. Ich hab da nicht genug. Da hinten würde da noch irgendwas reinpassen. Oh, Forschung ist abgeschlossen. Ja, mehr kann ich nicht erforschen. Schade, schade, schade. Komm, wir werden fertig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Egal. Nein, kein neues Video. Jetzt ist die Panzerung besser geworden, ne? Ich bin ja fast überlegen, den Trumpf zu nehmen, aber ich warte noch ein wenig. Da fällt mir ein, das müssten meine Fahrzeuge ja wieder ein wenig schneller waren, oder? Äh, irgendwie überhaupt nicht. Nö, Motor macht Einheiten nicht schneller. Schade. Oder zumindest nicht ausreichend für meine Bedürfnisse, für meine herausragenden Wünsche an Leistungsfähigkeit, Gepaart mit Geschwindigkeit, Vernichtungskraft und Panzerung, die eine optimale Mischung ergeben und eine Verheuerungsvernichtungskraft enorm Ausmaßes bilden. Und ich labere totale Scheiße. Ja, genau. Pfff. Wo. Genau. Da sind wir uns jetzt wohl alle einig. Nein, wir sind ja anderer Meinung. Nur um dir zu widersprechen, haben wir jetzt eine andere Meinung. Boah, ich will ja nicht diese fette Raketen haben, diese... Ja, keine Ahnung, was das ist. Scorch, gibt sie wirklich? Na komm. Scorch, das habe ich schon mal irgendwo gelesen, aber... Ob das der Name einer Waffe war? Keine Ahnung. Mal im Internet schauen. Och du Scheiße! Ach du Scheiße! Vorstellung Lenkraketen, Sprengkopf MK2. Nein. Aufhängung mit Scorch Lenkrakete. Turm mit Scorch Lenkrakete. Video. Video. Kein Video? Was seid ihr für dumme Rassisten? Gebt mir ein Video! Scorch. Nö. Noch ist sie nicht so gut wie Tankkiller. Es schießt sogar langsamer. Gut, die Reichweite ist höher. Aber ich weiß nicht, was das ist. Ist das eine Luftabwehrrakete oder... Pfff. Ist das einfach nur ein Lenkkopf? Oder was weiß ich? Was weiß ich, was das ist? Es ist... Es ist... Es ist... Es ist ne Rakete. Jetzt seid ihr schlau, jetzt wisst ihr es. Merkt's euch. Ich glaube, ich baue unten auch noch Artillerie rein und... Da oben... Habe ich da oben Artillerie stehen? Ich baue jetzt überall in meine Basen Artillerie rein. Wenn mich irgendjemand angreift, wird er erst mal Artillerisiert hier. Da unten steht auch Artillerie. Da steht Artillerie. Herrlich. Da steht auch Artillerie. Da muss ich noch welche rein bauen. Wenn ich's denn schaff. Forschung abgeschlossen. Ja, was können wir noch mal forschen? Äh... Oh, ich krieg mal neue Cyborgs. Ist auch schon eine Weile her, dass ich mal... Hä? Ach ja, richtig. Ich habe ja noch diesen, äh... Nadelschützen. Mit seiner Nähmaschine. Ja, aber ne komische Nähmaschine. MG-Schütze. Hä? Achso, den habe ich noch gar nicht fertig erforscht. Flashlight. Ach ja, mit seiner Taschenlampe. So, wie lange dauert denn... Boah... Das dauert noch. Das dauert noch. Ja, ich weiß, wie man viele Folgen aus einem... Spiel herausholt. Wo baue ich denn da mal Artillerie hin? Gute Frage. Ah, ich weiß, ich weiß. Nein, ich will die... Die mit Bums dahinter, was? Die wo Kaboom macht. Nein, da ist scheiße die Position. Wo baue ich die hin? Ich habe keinen Platz mehr für Artillerie. Aber ich muss mehr als nur eine bauen, sonst darf das nichts. Also, ich kann bauen da eine, da eine, da eine, da eine. Und da eine. Genau. Dann brauche ich noch Türm. Ich brauche Türm. Ein Türm. Ein Türmle. Da kann ich einen bauen und... Da kann ich einen bauen. Yeah. So, wir sind immer noch auf Vollgas. Jawoll. Nachher schicke ich euch wieder runter. Fahr mal ein wenig Benzin, ne? Fahr mal ein wenig. Achso, Konstruktion. So, ihr braucht noch ein wenig? Oh, komm, baut halt weiter. Grundlagenforschung abgeschlossen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ihr seid doch selten dämliche Vollidioten. Echt, ey, nee. Kein Wunder, sich nie fertig wäre mit meinen Gebäuden. Da. Hier und hier. Und hier. Wo habe ich gesagt? Hier. Nee, hier nicht. Konstruktion abgeschlossen. Egal, jetzt baue ich da auch noch eine. Fähre ich. Ich baue sich anders als eben, aber egal. Apropos, kein noch was erforschen? Nein. Habe ich Videos? Ja. Gebäudeforschung abgeschlossen. An die Panzerlenkraketen. An die Panzerlenkraketen. An die Panzerlenkraketen. An die Panzerlenkraketen. Aber irgendwie haut es nicht so rein wie Lenze. Ja, es ist gelenkt und so und schön, aber... Feuerrad ist... Es ist langsamer als Lenzer und Haut. Auch deutlich... Es ist langsamer als Tankkiller und Haut. Naja. Wenig weniger rein, aber es ist halt fast so halb so schnell nur. Gut, ich erforsche noch. Was erforsche ich denn überhaupt noch? Äh, äh, äh... Ah, ja, okay. Konstruktion abgeschlossen. Na komm, baut halt weiter. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ihr seid so selten dämlich, ne? Das ist nimmer feierlich. Fahrzeugforschung abgeschlossen. Was ist das an... Skurtsch. Skottsch. Skottsch. Was auch immer. Alkoholiker. Yeah. Saufen in Skottsch. Ja. Ja. No. Ja, ja.